Mein Name ist Micha. Ihr schaut Stich.TV mit 90 Sekunden. Online oder offline mit Freunden? Offline. High Heels oder Sneakers? Sneakers. Dein Lieblingsessen? Fleisch. Was dürfen deine Eltern nicht über dich wissen? Ich habe keine Geheimnisse. Morgens im Bad brauche ich... Eine Stunde. Würdest du eher auf Sex oder auf Musik verzichten? Musik. Facebook oder Instagram? Instagram. Lieber für immer taub oder stumm? Stumm. Bei welcher Fernsehsendung schaltest du sofort weg? RTL 2. Ein Wort mit dem deine Freunde dich beschreiben würden? Spinner. Bist du eher Tag oder Nachtmensch? Tag. Welchen Drink bestellst du dir, wenn du feiern bist? Whisky. Wessen Gedanken würdest du gerne hören können? Mir reichen meine. Mit wem würdest du dich niemals betrinken wollen? Gibt's glaube ich nicht. Welches Getränk bestellst du dir immer zum Essen? Wasser. Wie meldest du dich am Telefon? Hier ist der Micha. Würdest du lieber wissen, wann oder wo du stirbst? Wo? Nenne eine andere Leidenschaft neben Tattoos. Essen. Was hast du als letztes geklaut? Ja, wir kommen hier zum Essen. Ich versلك sea. �Ч Motivation alet Gewalt Hm Bis zum nächsten Mal.